Halleschön Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Feierfeld 10 hat eben gemacht, im Let's Part haben wir gegen Sin gekämpft und sind auf Kirike angekommen. Warum tue ich das? Ich werde uns gleich bestimmt eh wieder hier. Du bist so... Wie Sinai nicht im Team? Egal. Und Sinai angekommen hat, dem Sin es zerstört hat und gucken wir uns jetzt hier weiter um. Ich meine, es kommt sogar direkt in die Cut-Szene oder so, ja? Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ne, noch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Uh, was ist es zending? Wir gehen irgendwoher? you truly are clueless are you sure it's just your memory that's the problem the dead need guidance filled with grief over their own death they refuse to face their fate they yearn to live on and resent those still alive you see they envy the living and in time that envy turns to anger even hate should these souls remain in Spira they become fiends that prey on the living sad isn't it the sending takes them to the far plane where they may rest in peace summoners do this? hmm what are you doing? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow! Drame! Sie sägen die Luft. Sie sägen die Luft. Ich hab dich voll gerettet. Ich gucke mich jetzt hier erstmal, wie gesagt, um. Erst umgucken. Dumm, 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 dumm. Hier ist sogar eine Kiste. Das tut mir leid, er wurde von so bitter Nachsicht, wenn er würde Dinger vor sich schüttet. Was guckst du so? Es ist hier kein Zoo. Was guckst du so? Es ist hier kein Zoo. Kein Zoo. Oh Mann, ey, ich dachte, ich bin im Zoo. Ich wollte dort die Tiere sehen. Wo waren die, das Kack-All-Bed-Lexikon? Ich weiß, dass hier eins war. Ich glaube, ich hab das sogar. Oder hab ich das nicht? Welches fehlt mir denn? Müsste ich im Internet nochmal nachgucken. Aber das wird jetzt scheiß. Ich kann nicht während der Aufnahme im Internet nachgucken. So ne Kacke. Ne. Wichtige Items. Vier fehlt mir. Und vier müsste hier irgendwo sein. Irgendwo auf Killika, soviel ich weiß. War das nicht sogar hier in der Schenke? Jawoll. Wie konnte ich das damals vergessen? Ich bin doch so ein... Ich will hier nichts essen. Ich will einfach nur hierbleiben. Der hat mir jetzt mehr, das macht mir Angst. Du hast mein Schwert da gehört. Der in der Kiste gehört dir. Nimm's ruhig und Dankeschön von mir. Achso, danke. Es war ihre Schwester. What? Wieso passt du auf deine Schwester nicht auf? What the fuck is wrong with you? Wow. Ich habe viel Schwerte für Tidus. Voll viel Schnell für Juni und erläuft bei mir. Ah, da y'all. Bis 8 Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner Ohalan used to live in the Killika Temple here. Yup. Lord Ohalan was once a great blitzer, you know. Wakka. Hm? Praying for victory is so good. But is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win. Right? Right. Tempos be on the jungle there. Let's go. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Warte mal. Welche fehlen mir da jetzt eigentlich noch? Richtige Items. Ah, 9. Äh, 15. 23, 25, 26. So viele Buchstaben fehlen gar nicht mehr, Leute. Ich hab's ja überall übernommen. Damit wir die Orpads ein bisschen verstehen können. Und ich... Da! Da unten steht. Oder so. Auf jeden Fall gehen wir jetzt direkt Strange zum nächsten Tempel. Ist halt unsere nächste Aufgabe. Und warum sollen wir die nicht einfach vollfüllen? Vollfüllen. Und dann... Oh. Da, die, da, die, 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 dumm. Hier wieder... Gibt's direkt eine Katze wieder? Nein? 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 Wackel läuft hinter mir her. Well, what's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. Yuna, what? There's no time for jokes, huh? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian, then. I just want him nearby. What? What do you mean? It's just that, well... We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. We're going to go to the temple. I'm sorry. 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 So, wir gucken uns erstmal, wie gesagt, wieder um. Vielleicht nach Kisten oder so Ausschau halten. Unbekannten. Duh, da, 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 da-гаa. thựckim, zugewagens! weiter ring was macht er jetzt nur den ring, oh baby, giftschutz, was macht denn deine Waffen hier, oh, wie du hast nichts, er braucht mich nicht, Bruder, er ist das beste, Leute, Bruder, er ist das beste, nach seiner ultimativen Waffe, weil Bruder, er ist echt den ganzen Playthrough anbehalten, nur mal so, stell das drauf ein, wir üben, wir üben, ich glaube, es war nur ein Shortcut oder so, ich weiß es gerade nicht, aber ich will ja, dass Juno und Waka auch EP bekommen, deswegen, ich bin bereit zur Stelle, ja, wush hehehe nein, fail der hat eingegriffen, ja, ich muss auch Lulu einmal angreifen lassen jetzt, wie? ruf, kate, sef wush fack, eh, mu au, das tut weh boah, bist du dumm kannst du treffen waka, komm mal rein waja Ja, das schaffst du allein Ja bitte Mach mal will ich es sehen Silo kill Flut ich glaub Kemari hat dich eingegriffen ак Was haben wir denn hier? Ne, ne, ich will das Monster in der Mitte besiegen. Ist nämlich so ein genanntes Küsschen. Aber das kann auch voll kaputt klatschen. Ist so ein etwas stärkeres Monster, man sollt... Man kann es umgehen, es ist optional, das zu besiegen, aber ich mag es töten. Du triffst ja nicht einmal. Was ist bei dir? Dö, 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 dö. Ne, Mario wird jetzt töten. Ich muss erst mal Yuna zum Angriff kriegen. Wow, du bist dumm. Go, Yuna! Und töte. Bam! Jeder bekommt. E, E, P, E. So. So. Na? Oh, Schöner. Ähm. Es hat eine Feuerschwäche. Was ich mit Tidus machen werde, ist anfeuern. Yuna greift kurz nochmal an. Bam. Giftqualle. Kannst du mal irgendwas von ihm klauen? Ne. Habe ich im Gegend? Ja, Antidote habe ich. Da, da, da. So, dann hole ich kurz Waka rein, damit der kurz Schaden macht. Hilft im Prinzip gegen dich? Hilft das? Bam! Fuck. Ne, Yuna wäre eigentlich sehr wichtig zum Heilen, aber... Damage. Na, 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 na. Burn. Ja, ich schau Yuna rein. Mit Yuna... Waka macht zwar Schaden, aber Yuna kann halt heilen. Und heilen geht über alles. Heilen geht über jeden Schaden. Burn. Bam. Du kannst... Was? Du kannst Wasser? What the hell? Da wird ja Ex-Wasser voll gut sein, aber ich kann kein Ex-Wasser. Wie scheiße. Hier, Fire. Kimaru, komm mal rein. Hier, mach mal Bam. Habe ich letztens 3D-Schaden austreien können? Wirklich? Ich muss dich erst mal vergiften, oder was? Du Kackvieh, hier. Ein Antidot voll wichtig. Ja! Küsschen nickt... Nein. Hat sie sich grad geheilt? Willst du mich verarschen? Hier. Bam. Sollte ich mir das gefallen lassen? Ich denke nicht. Ich hab's immer noch nicht geändert. Oh, ich bin so ein Honk. Guck mir leid, Leute. Ich bin so ein Mega-Honk. Ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk. Go. Du, 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 du. Hier, Fire. Burn. Wach auf. Der ganze Schaden, den ich mit dem Kackvieh runtergeklatscht habe. Das ist für nichts. Ich schnauze nichts. Guck mal. Fett! Oh, zu Lüch-Fehler-Fahrers. Zu Lüch-Fehler-Fahrers. Oh, das ist in diesem Pokemon. Bam. Ich kann, was er passt mal auf, Freundchen. Guck mal, was ich kann. Auch wenn man Fahrester durch sterben sollte. Das ist sehr schade, aber YOLO. Ähm... Zack. Einmal Fahre mal in Malaysia. Hoa! Dann lau so. Schade. Elpharis ist tot. Elpharis ist den nächsten Angriff. Ja, tot. Schade. Sorry, Elpharis. Aber hast gut geholfen. Nice job! Nananananananana Hier, das ist ein bisschen Feuer unter dem Wind dran Und Crimari Reicht das? Jawoll! Oh, es gibt einiges an MP. MP-Cherruide, was? Wow. Ein Summoner enthält die Guardian. Sehr gut. Herr, wir sollten auch kämpfen. Wir werden unsere Chance schnell genug bekommen. Jede Crusader, die sich in die Welt verabschiedet haben. Wir werden uns in die Welt verabschiedet. Ich bin gerade so stolz auf mich, weil ich das Vieh besiegt habe. Hm. Kann man mal fahre, die durch Wirbel leben. Und die können halt auch gleichzeitig speichern, was sehr gut ist. Jawoll. Ja, ich bewege mich erstmal nicht weiter mit Tidus. Das kann man ja schon. Aber so viel Kraft habe ich auch nicht. Ich hasse dieses Heroin-Scheiße. Zack. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm. Hahaha. So, jetzt hat Tidus das schon mal. Und warum kann ich da nicht direkt stehen bleiben? Zack, wo denn das Pheroid? Warum kriegt der Magie? Der Tidus bleibt stehen. Bringt nichts. Er braucht Geschick. Er braucht so eine Geschicks-Pheroid und die habe ich nicht. Ein Hinterhalt. Nein, ihr schädigen mich. Au. Das war kein Kerl in mein fettes Gesicht. Missgestalt schafft. Wow, Hilfe, Lulu. Lulu, time to dodge. Lulu, time to dodge. I'm dodging. Juna, head, please. Ja, ein uns zu Hilfe, aber ganz genau. Hier, burn, motherfucka, burn. Bad. Und jetzt noch auf Tidus schnell. Der soll HP haben. Dö, 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 dö. Roundsin ist genau zwei Gegner eigentlich. Herr Tidus, den kriegst du jetzt auch alleine hin. Dann machst du Feuer auf den anderen Fernspucker. Da, 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 da. Wie Lulu immer direkt geheilt werden muss, weil Lulu einfach kaum HP hat. Sie ist halt die, ist halt die Black Mage. Hier, stirb. Und zwar schnell. Sag tschüss. Oh, scheiße. Lalalalala. So, dann können wir ja jetzt weitergehen hier, ne? Was haben wir denn hier so auf der Seite? Als wenn du einen Shortcut gewinnen, wie gesagt. Die müssen nicht gegen dieses Küsschen kämpfen. Oh, warte. Ich hoffe, ich werde es in das Tournament machen. Oh, ja. Man muss nicht gegen das Küsschen kämpfen. Man kann es bekämpfen. Wenn ihr halt die EP wollt, wäre es gut. Wenn die EP nicht wollt, dann nicht. Ja, ich hab Durst. Tatsächlich sogar. Oh, Mann. Ich hab so gesagt, ich hab Durst. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir haben jetzt Halstherroide bekommen, Guys. Wir haben jetzt Halstherroide. Yes! Tidus hat ein Level bekommen. Nice. Richtig gut. Zack. Ne, ich hab nur eins. Die bewegt das. Oh, Juna kriegt nochmal MP. Und MP sind immer wichtig. Wie viele Wundertherroiden ich einfach schon habe. Ja, Lula. Du warst auch eine Zeittheoride, ne? Ja. Fuck you. Warum auch immer dieser eine Weg da abgeschnitten ist. Ich weiß es nicht genau. Es ist eben so. Mach du mal Abwehr. Und du machst Wasser. Halt auf mich. Ich hab Durst. Ach, Mann. Oh, oh, oh. La, 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 la. Sie hat Booby-Physics. Sie hat Booby-Physics, Guys. La, 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 la. Warte mal, kommt jetzt kein Boss oder so? Ich meine, es kam ein Boss. Oh, oh, oh. Diese stone steps have a history, you know. Yep. Lord O'Halland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready! Hey, hey, hey. Ah, huh? Hey. Sie haben gesheatet. Speichern einmal. Komm, ich mach doch den Boss in den Part. Auch wenn ich ihn dann durch überziehe. Egal. I don't give a fuck. Def, def, def. Was ist los? Everyone, quick! Sinspawn! Der nächste Sinn-Boss-Kampf. So, ihr habt ne... Ihr haltet euch alle durch Wasser. Hier. Zack! Das konnte der nochmal. Ich glaube, der konnte ex... Ja, ex-Wass ist, glaube ich, ne gute Idee. Vergiss es. Oh Gott. Du hast nen Feuerspächer. Aber ich kümmere mich erst um die Dinger hier. Tudel. Ähm. Ich könnte ja noch Konnt haben. Ich weiß es gerade nicht. Aber EP, Guys. Nee, nicht meine Leute. Wacka. Hier, den da. Bam! Und zack. Weil es greift nicht hier. Und hier, ich triffst du. Seufzer. Was war das? War das nicht? Ich dachte, es vergiftet uns. Was? Wow. Das hab ich... Scheiß Ding. Und Tidus macht darauf kein... Und was geht eigentlich nicht. Es ist hart als Rock. Meine Schwung ist nicht gut. Oh, du sagst nicht. Aber das wird wir tun. Und burn. Kann ich von dir irgendwas lernen? Okay, Mari. Swing. Dann musst du anfeuern. Swing. Oh, das tut weh. Soll ich vielleicht mal kurz Duna reinholen, damit die heilen kann? Oh, bitte. Jetzt tötet du keinen. Jetzt machst du gar Tidus Schaden. Na? Ja. Danke, Mario. Hol mal kurz Duna rein. Ich muss mal eben durch rein. Das Problem ist, man kann keine Zauber auf alle einsetzen. Das geht ab FFC nicht mehr. Das finde ich so scheiße. Dass man wieder nicht auf alle eins... Aua. Das war gemein. Erstmal, you know. Heil den Boss. Das wär am besten. Wenn wir ihn einfach beziehen wären, dann könnten wir den Boss mit einem X-Trank one-hitten. Hier, burn. Ja. Ex-Wass war sehr gut. Aber erst mal ein Antidote. Ich wusste nicht, dass er irgendwas mit Wasser konnte. Ich wusste es irgendwie. Irgendwie hat es schon in Erinnerung noch oder so. Und meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Hier. Brenner. Das tat weh, du Arsch. Aber nicht so weh. Kimari. Hier. Zack. Und Lulu macht den Rest. Verbrenne ihn. Töte ihn. Burn. Entschuldigung. Damit wäre dieses Zinsschuppe... Au. Gag. Mausetod. So wie es sich heute gehört, ne? Meine ich auch? Also ich finde ja schon. Hehehe. Swish, 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 swish. Sieh. Sorry about that. Hoop to break you in a little slower. Being a Guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Aye. So what do these Zins spawn anyway? Fiends, they fall from Zins body and are left behind in its wake. Leave me alone and Zin comes back for them. You gotta be quick. That moment when Wakka told me I had talent in battle. I think that was when I started seriously considering becoming a Guardian. So, uh, they got Fiends in Zanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Uh, hey, since one of you believe me about Zanarkand anyway. I've been thinking. Maybe people Zin gets to don't die. Maybe Zin carries them through time. Like a thousand years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Zin didn't take Chapu anywhere. Zin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Surject, for that matter. And there's no replacement for Lord Brasca, either. It's pointless to think about it. And sad. I... I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Wakka, Lulu, and Wakka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was, it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Thank you. Thank you. Kein Speicherpunkt. Nee, dann geh ich zurück. Vergiss es. Ach, ich kann nicht zurück. Hör mal. Ich wollte nicht nur weitermachen. Ich wollte zwei Parts aufnehmen und dann fertig. Ich sp humano, krass. Ich sch precis. Ich spreniere dir. Ich spviviere dir auch. Ich schimb deinen capaz. Ich spreniere dir. Ich spreniere dir. Ich spreniere dir dir. Ich spreniere dir. Du meinst hin? Ich spreniere dir. Will you do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Hm. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But, Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Uh. Even ten years after he left. Just thinking about my old man got me angry. Hm. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Nah. Darf ich jetzt? Nein, darf ich nicht. Ich hoffe, im Tempel ist ein Savepoint. Ich hoffe einfach mal, weil ich überziehe jetzt schon sechs Minuten und das wird ziemlich scheiße. Durch mein neuen PC auch ist doch keine langen Ränderzeiten. Aber das Uploaden wird ziemlich scheiße. Nö. Ja. 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 Ich würde sagen, das war es dann mit meine Aufnahme von zwei Parts. Ist halt jeweils ne Stunde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn das wieder alles war in 1410p Remaster. Bis zum nächsten mal. Tschüss.